Ich bin auf jeden Fall der Lauermax, arbeite bei der Firma Aubmüller, mache eine Ausbildung zum Druck- und Medientechnologen in Weiterverarbeitung. Zu meinen Aufgaben zählen Falzen, etliche Falzprospekte etc. Genauso wie arbeiten am Klärbinder, Sammelhefter oder fertige Produkte schon bohren, also was halt so anfällt in der Binnerei. Die Chancen, dass ich hier fest übernommen werde, sind halt höher wie in anderen Firmen und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich beworben habe. Die Kollegen sind eigentlich alle recht nett. Wenn man irgendwelche Fragen hat, wird man gleich nicht abgestempelt, dass du es nicht weißt oder so. Also alle sind echt hilfsbereit. Selbstständiges Arbeiten wird von Vorteil, technisches Denkvermögen und dass man halt sorgfältig auch noch arbeitet, dass der Kunde am Ende auch zufrieden ist. Du passt auf jeden Fall gut zu uns, wenn du ein Teamplayer bist und keine Angst vor großen Maschinen hast. Dann bist du bei uns herzlich willkommen.